Häufige Probleme mit dem RELME 6S Telefon und wie man sie einfach behebt. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch heute? Ich hoffe, ihr seid in bester Verfassung und bei guter Gesundheit. Heute mit euch ein neues und sehr wichtiges Video, das die häufigsten Probleme beim RELME 6S Telefon zeigt und wie man sie einfach lösen kann. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber bevor Sie sich das Video ansehen, abonnieren Sie den Kanal. Damit Sie alles Neue und Spannende erhalten. Und folgen wir nun der Erklärung. RELME hat sein brandneues Smartphone namens RELME 6S auf den Markt gebracht. Dieses Gerät bietet in seiner Preisklasse großartige Funktionen. Zum Beispiel hat dieses Telefon ein 6,5 Zoll FHD Plus Display und dieses Telefon verfügt über ein Quad-Kamera Setup. Die Hauptkamera hat 48 MP. Dann haben wir eine 8 MP Ultra-Vide Kamera und dann eine 2 MP Makro-Kamera. Dafür gibt es dann eine Tiefenkamera mit 2 Markpixeln für den Bokeh-Effekt. Zusätzlich zum 4300-MAR-Akku im RELME 6S. Viele Benutzer haben jedoch Probleme, nachdem sie das RELME 6S-Telefon verwendet haben. Häufige Probleme mit RELME 6S Schwerfällige oder träge Benutzeroberfläche auf RELME 6S Dieses Problem tritt auch bei neuen Telefonen auf, da der RAM, Random Access Memory, voller Apps und Dateien ist, die Sie nicht verwenden oder benötigen. Bitte lesen Sie alle Schritte sorgfältig durch und wenden Sie sie dann auf Ihrem Telefon an. Wie kann das Verzögerungsproblem beim RELME 6S behoben werden? Wenn Sie auf Ihrem Smartphone eine Antiviren-App oder eine Junk-Reinigungs-App verwenden. Deinstallieren Sie diese. Eines ist allgemein gültig. Wann ist das Telefon langsam? In 90% der Fälle ist Ihr Smartphone langsam. Wenn Ihr interner Speicher knapp wird oder zu Ende geht. Geben Sie also einfach etwas Speicherplatz frei und Ihr RELME 6S ist wieder normal. Deinstallieren Sie einfach die App, die Sie nicht verwenden. Verwenden Sie eine schnelle Micro-SD-Karte der Klasse 10 in Ihrem Telefon. Manchmal führt die Verwendung eines benutzerdefinierten Designs auf dem Telefon dazu, dass das Telefon langsamer wird. Wenn Sie einen Launcher eines Drittanbieters verwenden, könnte dies die Ursache für dieses Problem sein. Sie müssen den Drittanbieter Launcher deinstallieren und den System Launcher verwenden. Verwenden Sie die Lite-Version der App wie Facebook Lite, Twitter Lite, YouTube Go und so weiter. Aktualisieren Sie Ihr Telefon auf das neueste verfügbare Betriebssystem. Aktualisieren Sie alle Ihre Apps, sobald ein Update im Play Store verfügbar ist. Wenn Sie alle diese Schritte befolgen und das Gefühl haben, dass Ihr Telefon immer noch langsam ist, versuchen Sie, Ihr Telefon zurückzusetzen. Mit Hilfe aller oben genannten Schritte habe ich alle möglichen Lösungen besprochen, damit Sie das Problem mit der Verzögerung oder langsamen Benutzeroberfläche auf Ihrem RELME 6S-Gerät schnell beheben können. Schnelle Batterieentladung beim RELME 6S Wenn der Akku Ihres RELME 6S stark entladen wird, können Sie die folgenden Schritte ausführen. Indem Sie die folgenden Schritte ausführen, können Sie herausfinden, was das Problem mit der schnellen Entladung des Akkus auf Ihrem Smartphone verursacht. Wie kann ich den schnellen Batterieverbrauch Ihres RELME 6S beheben? Wenn Sie Apps wie PhoneCleaner installiert haben, deinstallieren Sie diese. Denn diese Apps laufen im Hintergrund und verbrauchen den Akku Ihres Telefons. Laden Sie die App aus dem Play Store selbst herunter. Denn Apps von Dritternbietern können Malware enthalten, die im Hintergrund des Telefons läuft und viel Akku verbraucht. Wenn GPS nicht erforderlich ist, schalten Sie GPS immer aus. Wenn Sie das Telefon über einen längeren Zeitraum im Energiesparmodus belassen, wird der Akku ebenfalls schnell entladen. Wenn Sie eine App installiert haben, die angeblich die Akkulaufzeit Ihres Telefons erhöht, deinstallieren Sie diese Art von App. Durch die Verwendung höherer Bildschirmhelligkeitseinstellungen beim RELME 6S kann der Akku deutlich reduziert werden. Verwenden Sie daher ein Telefon mit mittlerer Helligkeit. Löschen Sie alle zuletzt verwendeten Apps aus der Registerkarte. Letzte Apps Da Sie den Akku schnell entladen. Wenn NFC, Bluetooth oder WLAN nicht benötigt werden, lassen Sie sie immer ausgeschaltet. Wenn Sie alle diese Schritte befolgen und das Gefühl haben, dass der Akku Ihres Telefons immer noch schnell entladen wird, versuchen Sie, Ihr RELME 6S auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Nachdem Sie die oben genannten Schritte befolgt haben, bin ich mir sicher, dass Sie nie wieder Probleme mit der Batterieentladung haben werden. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Smartphones und befolgen Sie die Anweisungen. Problem mit dem Mobilfunknetz oder den mobilen Daten auf dem RELME 6S Wenn Sie auf dem RELME 6S Probleme mit dem Mobilfunknetz haben und wenn Ihr Telefon nicht das richtige Signal empfängt oder das mobile Datennetz nicht funktioniert und Sie Schwankungen im Mobilfunknetz feststellen, Sollten Sie die folgenden Schritte ausprobieren Wie behebe ich ein Problem mit dem Mobilfunknetz oder den mobilen Daten auf dem RELME 6S Entfernen Sie die SIM-Karte aus Ihrem RELME 6S und legen Sie die SIM-Karte erneut ein Schalten Sie den Flugmodus für 30 Sekunden ein und schalten Sie ihn nach einigen Sekunden Wieder aus Netzwerkeinstellungen zurücksetzen Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr RELME 6S einmal neu starten und prüfen Ob Ihr Problem behoben ist Dies ist ein häufiges Problem und Sie können es beheben Indem Sie alle diese Schritte befolgen Wenn Sie immer noch ein Netzwerkproblem mit Ihrem RELME 6S haben Hinterlassen Sie unbedingt einen Kommentar und ich werde Sie weiterleiten Heizungsproblem bei Ihrem RELME 6S Es gibt zwei Hauptgründe für die Überhitzung eines Smartphones Der eine ist der Sock, System on Chip, des Telefons und der zweite der Akku des Telefons Wenn beim RELME 6S ein Problem mit der Heizung auftritt, können Sie es mit einigen Änderungen Wie behebe ich ein Problem mit der Heizung meines RELME 6S Während das Telefon aufgeladen wird, entfernen Sie die Telefonhülle Spielen Sie keine Spiele, während Ihr Telefon aufgeladen wird Und nutzen Sie das Telefon nicht zu häufig Laden Sie RELME 6S nur mit dem Original-Ladegerät Hitzeprobleme werden auch durch längeres Spielen auf Ihrem Telefon verursacht Installieren Sie keine Anwendungen von Drittanbietern Laden Sie Apps immer aus dem Play Store herunter Überladen Sie Ihr Telefon nicht, da dies ebenfalls zu Problemen mit der Erwärmung führen kann Halten Sie Ihr RELME 6S immer auf dem neuesten Stand und halten Sie alle Ihre Apps auf dem Neuesten Stand Ich hoffe, dass alle diese Schritte die Erwärmungs- und Temperaturprobleme Ihres Telefons Verringern Wenn Ihr Telefon weiterhin Probleme mit der Erwärmung hat Wenden Sie sich an ein Service Center und lassen Sie es beheben Apps werden auf RELME 6S langsam geöffnet Dieses Problem tritt sehr häufig auf Da dieses Problem bei allen Android-Telefonen auftritt und dieses Problem hauptsächlich auf die falsche RAM-Verwaltung des Telefons zurückzuführen ist Wenn sich die App auf Ihrem Telefon langsam öffnet, führen Sie die folgenden Schritte aus Damit Sie dieses Problem beheben können Wie kann ich das langsame Öffnen von Apps auf dem RELME 6S beheben? Überprüfen Sie zunächst, ob der interne Speicher Ihres Telefons über genügend Speicherplatz verfügt Wenn nicht, deinstallieren Sie Apps, die Sie nicht verwenden Verwenden Sie die Lite-Version der App wie Facebook Lite, Twitter Lite, YouTube Go und so weiter Dies kann die RAM-Nutzung Ihres Telefons reduzieren Wenn Sie irgendeine Art von Mod-App auf Ihrem RELME 6S installiert haben Deinstallieren Sie diese sofort Wenn Sie alle diese Schritte befolgen und das Gefühl haben Dass Ihre Apps immer noch langsam geöffnet werden Versuchen Sie RELME 6S auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen Verwandte Artikel Verschiedene Infinix Hot 9 Pro Probleme und Lösungen RELME 6S schaltet sich unerwartet ab Dieses Problem tritt häufig auf Da es bei allen Android-Telefonen auftritt Bei diesem Problem schaltet sich Ihr Telefon plötzlich aus Wenn Sie mit Ihrem RELME 6S Smartphone auf ein solches Problem stoßen Sollten Sie unbedingt die unten aufgeführten Schritte in Betracht ziehen Wie kann das plötzliche Herunterfahren des RELME 6S behoben werden Wenn sich das Telefon bis zur Höchstgrenze erwärmt Kann dies auch der Grund dafür sein Dass sich Ihr Telefon plötzlich abschaltet Beheben Sie daher die Probleme mit der Erwärmung Verwenden Sie keine schwere Rückabdeckung Da dies zu Erwärmungsproblemen führen kann Befolgen Sie alle diese Schritte und versuchen Sie Ihr RELME 6S auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen Wenn Sie das Gefühl haben Dass sich Ihr Telefon immer noch plötzlich ausschaltet Ich hoffe, dass all diese Schritte das Problem des plötzlichen Herunterfahrens des RELME 6S Lösen werden Wenn dieses Problem jedoch immer noch auftritt Wenden Sie sich an das Service Center und lösen Sie es Der Bildschirm des RELME 6S ist eingefroren oder hängt fest Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie eine Aufgabe erledigen Ein Spiel spielen oder einen Anruf tätigen Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um dieses Problem zu beheben Wie behebe ich das Problem, dass der Bildschirm beim RELME 6S einfriert oder hängen bleibt? Aktualisieren Sie Ihr Telefon auf das neueste verfügbare Betriebssystem Deinstallieren Sie einfach die App, die Sie nicht verwenden, und erzwingen Sie das Beenden Wenn dieses Problem bei der Verwendung einer App auftritt Gehen Sie zu Einstellungen größer als Anwendungsmanager und leeren Sie dann den Cache der Problematischen App Führen Sie im letzten Schritt einen Werksreset Ihres RELME 6S Smartphones durch Es kann alle Ihre Probleme lösen Apps und Spiele stürzen auf dem RELME 6S plötzlich oder unerwartet ab Wenn Sie eine App oder ein Spiel öffnen und diese App plötzlich geschlossen wird Handelt es sich um ein häufiges Problem Befolgen Sie die folgenden Schritte, um es zu beheben Wie kann man plötzliche App-Abstürze auf dem RELME 6S beheben? Aktualisieren Sie Ihre Apps auf die neueste Version Deinstallieren Sie die Anwendung und installieren Sie sie erneut Dadurch wird das Problem plötzlicher App-Abstürze behoben Wenn auf Ihrem Telefon der Energiesparmodus aktiviert ist, deaktivieren Sie ihn Wenn dieses Problem bei der Verwendung einer App auftritt Gehen Sie zu Einstellungen größer als Anwendungsmanager und leeren Sie dann den Cache der Problematischen App Apps werden auf RELME 6S nicht aus dem Playstore heruntergeladen Wie behebe ich, dass Apps auf dem RELME 6S nicht aus dem Playstore heruntergeladen werden? Manchmal tritt dieses Problem aufgrund des neuen Updates des Playstore auf Dies ist ein häufiges Problem, mit dem Sie möglicherweise konfrontiert werden Mit den folgenden Schritten können Sie eine Lösung für dieses Problem finden Starten Sie zunächst Ihr Telefon neu und prüfen Sie, ob Ihr Problem behoben ist Löschen Sie Ihren lokalen Suchverlauf im Playstore Gehen Sie zu Einstellungen, dann zum Anwendungsmanager und leeren Sie den Cache des Playstore Hier habe ich alle Probleme und Probleme mit dem RELME 6S Smartphone behandelt und versucht Sie zu beheben, wenn Sie immer noch andere Probleme mit Ihrem RELME 6S haben Hinterlassen Sie unten einen Kommentar und ich werde den Artikel aktualisieren Am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns in einem neuen Video Ich freue mich bei Ihnen! niskam! traveled sur Ich叔 선생 steel 1.5 o! Go! Für dich! Madenasierende! Vielen Dank.